Herzlich Willkommen bei Yen Classic. Mein Name ist Michael Kappenstein. Ich bin Markus Niemann. Hi, ich darf euch begrüßen. Markus, was verschlägt sich bei mir auf die Couch? Tja, erstmal die ist sehr gemütlich, die ist sehr bequem. Des Weiteren, wunderschöne Fahrzeuge. Hier hast du Benzin im Blut. Außerdem, du bist ein toller Typ. Ich komme mit dir super raus. Wir haben Spaß miteinander. Wir haben so ziemlich die gleiche Grundeinstellung. Und ja, da kommt man ja dann auch mal gern zu Besuch. Und des Weiteren, denke ich, haben wir ja noch so das ein oder andere Projektchen, was wir beide bearbeiten wollen und uns dann dementsprechend dann auch beruflich ein bisschen annähern. Sehr schön. Ja, Markus, du sichthörst. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir kennen uns von aufpoliert und abkassiert. Das ist so der persönliche Kontakt, den wir eigentlich erst mal hatten. Dann werden wir ein bisschen so irgendwo gesehen haben. Ja, aber das war ja so, wo wir ein bisschen zusammen mitgearbeitet haben und uns eine Woche lang auf der Pelle hingen und uns kennen gelernt haben. Haben wir viele kennengelernt, tolle Charaktere, alle unterschiedlich. Aber irgendwie sind wir aneinander hängen geblieben und haben uns immer wieder ausgetauscht. Genau. Wir haben also immer wieder tatsächlich und haben auch beide festgestellt, also ich zumindest, dass dein Fachwissen wirklich sehr, 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 sehr groß ist und sich gut mit meinem ergänzt. Und das finde ich schon toll. Bei mir ist es hier noch umgekehrt. Ich bin so happy, dass du hier heute wieder sitzt, weil ich einfach sage, du hast bei so vielen Fahrzeugen ein wahnsinns Fachwissen, wo ich wiederum lernen kann. Und das finde ich immer das Tolle. Ich sage mal, von den alten Hasen kannst du noch lernen. Das ist so, du bringst einfach eine unheimliche Lebenserfahrung aus der Autobranche mit. Du kennst viele alte Modelle, weil die so alt sind wie du oder älter. Danke für die Blumen. Wunderbar. Und bei mir ist das ja meistens so, wenn wir hier durch die Reihe gehen, die meisten Autos sind ja schon wieder älter als ich. Ja, okay. Der Brabus vielleicht ist nicht gerade. Und der 190er ist vielleicht auch nicht gerade älter als ich. Aber in der Regel, wenn wir da vorne weggeschauen, da haben wir den SLC stehen. Da steht der 560 SNS, da steht der 450 SL. Die sind ja alle älter als ich. Ja, ich bin ja noch ein Jungspund. Ich gehe auf die 45 zu, aber ich bin trotzdem 79 geworden. Und ja, die sind alle im Durchschnitt älter. Und wenn wir auf der anderen Seite gucken, da haben wir den Käfer aktuell stehen. Der ist auch deutlich älter. Der dürfte in meiner Regierung sein. Ja, ja, dann haben wir da den Tüge. Den Wolfgabler stehen, ja, der ist jünger als ich. Der irgendwie, der 323 ist so mein Alter. Wenn wir uns in den Augen gucken, da sind so ein paar Gimmicks dran. Die sind so eher 80, 80, aber ansonsten 79, 78 und Zulassung ist in 90. Also da bewegen wir uns so ein bisschen in meiner Altersklasse. Ja, und die tolle G-Klasse, was ja eigentlich ein Steuerpuck ist, der ist natürlich dann noch mal sieben Jahre jünger oder so als ich. Aber so ist es, ne? Wenn man die durch die größte Zeit... Aber grundsätzlich... Und gerade, gerade ist sie gekommen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, der Peter hat gerade einen Rekord gebracht. In P2, Anfang, Mitte 60er Jahre. Fantastisch. So ein richtiges Mutter- und Brot-Auto. Ja. Passt zu mir heute im Blau. Nun habe ich ihn noch nicht gesehen. Ja. Musst du mir gleich mal unbedingt zeigen. Die sind ja geil. Das ist halt der mit diesen hinten, mit den zwei einzelnen Gippchen. Als Arztrückleuchten. Ja. Ja, hervorragend. Vorne dieser große High-Fitch-Kühler. Ja. Ich habe den Nachfolger gehabt, als ich ihn in Hamburg gelebt habe. In Hamburg... Ich habe ja früher in Mode gemacht, weißt du? Und in Hamburg war die Miete ja schon so teuer. Wie soll ich mir noch ein Auto leisten? Also habe ich mir einen alten Rekord gekauft. Habe den als hart zugelassen, ja? Weil wir eine bessere Hälfte hatten. Und ich wollte aber ja auch eine Ahnung. Und ich sagte, mach mal das auf dich. Ich weiß ja, wenn man auch für immer den angemeldet hat. Keine Ahnung. Aber hart zu lassen hatte der. Und dann habe ich den als Haarfahrzeug, also als historisches Fahrzeug angemeldet. Das kostete damals, ich glaube, ich habe in der 190 Euro bezahlt. Steuern wie heute auch. Da hat sich ja nicht so viel verändert. Und der lag irgendwo so in der 160 oder 190 Euro rum in der Versicherung. Aber das Schöne war, du konntest überall hinfahren mit dem Auto. Und bei uns in der Straße, da waren ein paar Parkplätze, die musstest du nicht bezahlen. Und wenn ich ein neueres Auto gehabt hätte, da hätten die mir von Neid oder was, ich habe ja St. Georg, kann man auch da drüber hören, da hätten sie mir ein Auto immer wieder kaputt gemacht. Ja, gerade so. Und hier so ein altes, das haben sie in Ruhe gelassen. Das hat keinen interessiert. Da haben sie gesagt, das ist ja auch Fahrradwitze. Ein altes Auto hat ja sowieso Style. Und gerade wenn du jetzt Mode nimmst, Mode und dann ein klassisches Fahrzeug, irgendwie, das harmoniert ja so miteinander wunderbar und ist ja auch außergewöhnlich. Du fällst ja nur durch das Außergewöhnliche auch. Ja, ziemlich. Und ich habe die Sitzelite, ich hatte in dem Rekord eine durchgängige Sitzbank. Du konntest theoretisch mit drei Leuten da sitzen. Das war herrlich. Und da kann ich dir kurz eine Enecdote erzählen. Da bin ich eingeladen gewesen auf einem Geburtstag in einem Haus nähe der Rieperbahn in einer Nebenstraße. Und da haben die eine WG gegründet. Und ich komme in diese WG rein. Erstmal war ich total happy von dem Badezimmer. Da war ein Wirrwürrpuller drin. Der funktionierte zwar nicht mehr, aber alles Mosaikspiegelchen drin. Da war das früher mal am Puff. Ja gut, liegt ja nah. Jetzt hatten wir aber auch was getrunken, wie das so ist, wenn man eine Einweihungsfeier voller Wohnung hatte. Und dann bin ich von da aus, habe ich einen Kumpel mitgenommen. Bessere Hälfte wollten aber da bleiben. Ich fahre nach Hause, ich bin müllt, ich bin Bett. Und ein Kumpel von mir sagt, da nimmst du mich mit, bis zu dir, dann gehe ich den Rest zu Fuß. Ja, sage ich, machen wir das. Das ist kein Problem. Eingepackt, mitgenommen haben wir hier fahren. Beide sitzen vorne mit dieser riesen Sitzbank. Und der war ausgeschlagen. Ich weiß, was weißes Lenkrad, aber war ausgeschlagen. Dann sind wir hier fahren und am Hauptbahnhof, also kurz bevor wir am Hauptbahnhof vorbeifahren, sehe ich im Rückspiegel die Polizeiwagen. Und dann sehe ich auf einmal zwei Polizeiwagen. Oh. Und dann sage ich, jetzt sind wir mal. Und genauso war es, beim Hauptbahnhof quasi, vis-a-vis gegenüber, fährst du über eine Brücke und da haben sie uns, zack, einer hinter mich, einer vor mich angehalten. Und ausgestiegen, ich Auto angelaufen, angelassen, Handbremse angelassen, ist angezogen, ausgestiegen. Ich hatte mal die Trunke. Ich wollte natürlich nicht, dass man mein Alkohol riecht. Ich hatte zwei Bier, also ich hätte auch fahren dürfen, aber du weißt ja, wie das ist, man muss es ja nicht provozieren. Und dann kam hier ein Auto, nein, 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 ist gut, das ist gut. Da haben sie Fahrzeugschein, Papiere, haben sie was getrunken, so das Übliche. Boah, ist das lange her, das ist bestimmt 16 Jahre oder so her. Und da sage ich zu denen, ja, ich habe zwei Bier getrunken, mehr nicht, weil ich muss ja fahren, mein Kumpel muss nach Hause fahren. Der war wirklich betrunken. Und dann guckt er da rein, sagt, boah, das riecht man schon, ne? Ja, Auto müsstest du ja mal ausmachen. Dann sage ich, wenn ich den ausmache, kriege ich den nicht mehr an, der Anlasser ist kaputt. Das ist mir, ja, sie machen das Auto aus. Ja, Auto habe ich ausgemacht. Dann habe ich das Handschuhfach aufgeschlossen, da war der Handschuh, Fahrzeugschein, da war ja noch aus Metall, und dann aufgeschlossen, dann den Fahrzeugschein gegeben und so. Na ja, das ist alles gut verlaufen. Und dann sagt er, sie sind ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Ich musste also trotzdem blasen, war auch alles in Ordnung. Wir durften dann wieder fahren. Dann sage ich aber zu den Polizisten, sie müssen warten, weil der Sprint jetzt nicht mehr an. Die so, ja, der Anlasser ist kaputt. Ich habe gesagt, ich kann den nicht ausmachen. Dann haben sie gesagt, ich muss ihn ausmachen. Aber Moment, manchmal haben wir Glück. Ich setze mich rein, ich hatte aber einen Hammer im Auto, ich hätte auch drauf holen können. Hab probiert, klack, nochmal, klack. Dann sage ich, das geht nicht. Ja und jetzt, jetzt müssen sie mich anschieben. Jetzt kommt das. Dann hat der Polizist von den Vieren, hat der eine, das Auto von vorne war gedreht, hinter den anderen Blutzeilwagen gesteckt. Dann sagt der eine, ich würde mich ja gerne noch, bevor wir sie anschieben, in ihr Auto setzen, weil mein Opa hat für so ein Auto. Dann hat der sich noch ein Auto reingesetzt und dann, haben sie mich angeschoben. Das war ein Bild für der Götter. Schade, ich hatte kein Handy oder man hätte filmen können oder so, da haben sie auch vor 16 Jahren nichts so drüber nachgedacht. Wie heute, ist aber ja, ist ja auch wieder klar, aber war Wahnsinn und dann haben die meinen Rekord angeschoben von hinten und dann sind wir natürlich weggefahren und nochmal eine richtig schöne Ölwolke gelassen. Ja, das Auto habe ich geliebt, der war klasse, der war immer zuverlässig, außer dass der Anlasser schon mal jagt hat und irgendwann bin ich dann von Hamburg hier nach Walpöde gekommen auf den Schrottplatz und du wirst lachen, wir hatten hier am Lager noch für dein Auto einen Anlasser und dann hat der Vater eben in 20 Minuten oder hat den Anlasser schnell gewechselt. Ja, Wahnsinn. Und dann, ja, konnte ich nachher Ja, früher ging das ja auch noch alles, da waren die Motoren ja alle sehr, sehr übersichtlich. Ja, du hattest das war schrauberfreundlich. Heutzutage schraubst du noch nicht mal mehr irgendwo eine Zündkerze oder so raus. Also da ist alles so verbaut und verbastelt. Das ist ja nicht mehr schön. Damals waren die Autos eben halt wesentlich, wesentlich besser, finde ich. Die hatten noch mehr Stil und Charakter in meinen Augen. Das war das nicht so ein Einheitsbereich. Nimmst du heute Kia, Hyundai, Toyota, Nissan, die ganze SUV-Bande aus Japan, das sieht alles gleich aus. Ist auch so. Ich habe als Kindheit auf dem Shopplatz groß geworden, habe ich hier nebenan im Nachbarbetrieb quasi, habe ich ja immer die ganzen Autos gesehen, wenn das zu Ende ging. Ja, das heißt also, wie ich dann mal 5 war, da waren 84, da war ein Auto, so ein Rekord, die standen ja schon da, dass die überhaupt noch da gestanden haben. Die waren ja meistens schon früher faul oder rostig. Aber das war ganz klasse, dass ich diese Autos alle kenne. Cadet B, also diese typischen Butter- und Brot-Auto, ja, natürlich nicht nur Opel, da standen da Käfer und so. Ich habe unten Bilder, da können wir zählen, da sind glaube ich 20 Käfer allein auf so einem Ding. Ja, geil ist ja die Tatsache, wenn du damals so einen Alfa oder so oder einen Fiat genommen hast, der war ja nach 4 Jahren war der durch. Ja, ja. Der rostete schon im Prospekt, hat man gesagt. Du hast den Prospekt frisch vom Händler geholt, war das Auto auf dem Bild super, super geil und dann hast du das Prospekt vier Wochen zur Seite gelegt, hast wieder rausgeholt, da war er schon rostig im Prospekt. Ja. Das ist sensationell gewesen. Das war ja auch so mit der Ente, der Entenrahmen. Wenn man mich kennt, der weiß ja immer, dass ich so einen Hang habe, so ein bisschen an Zitrönen, ich weiß nicht, was ich an Zitrönen so toll finde, aber irgendwie finde ich es einfach gut. Die Federung. Die Federung. Ja, aber bei der Ente war das so, die haben ja den Rahmen alle ausgetauscht in den ersten Jahren, weil die alle Misttev waren und wir hatten hier einen Waldpult, da kommt der Name Jähnen übrigens her, ein Autohaus Jähnen, was ich 2018 übernommen habe, und da war das so, der hatte draußen 30 Enten stehen. Dann hat er den Leuten immer erzählt, die lagen nach auf dem Boden teilweise, weil die so durchgefreut waren. Dann hat er den Leuten immer gesagt, ja, das ist die Stadt Wartburg-Entschuld. Die sagen, wo ist das die Stadt Wartburg-Entschuld? Ja, Michael, die haben hier so viel Salz gestreut und in Schnee geschoben und durch den Salzstreuer und das Schneeschieben immer an der Seite ist doch das Wasser und das alles darüber gespratzt und der Schnee. Alles auf meine Enten, alles an meine Enten und nur deswegen sind die vorne alle faul, weil sonst rostet die Ente ja gar nicht so. Dass die profiziell faul sind, aber das sind alle. Das war halt so. Das war Jähnen. Jähnen wird dies Jahr 91 übrigens. Wahnsinn. Ja, das ist schon sensationell, ne? Das ist so, wenn man bedenkt, bei dem Alter und auch ewig die ganze Zeit lang Autogewerbe betrieben, sympathischer Mann. Ja, ich habe ja auch nichts anderes gemacht grundsätzlich. Ich habe ja damals angefangen, mein Papa hat sich immer die Automotorsport gekauft. Ja. Habe ich übrigens gesehen, du hast da auch eine Liegen von 1978. Ja. Und ich habe die dann übernommen und habe die dann verschlungen. Mein Papa, da mit durch war, habe ich die mindestens noch drei Wochen länger gehabt. Und das Kuriose war, das weiß ich noch ganz genau. Es gab früher diese kleinen 1 zu 86 Modelle von Herpa und von Biking. Ja, Herpa, Biking. Genau, damit habe ich Autohandel gespielt. Ach, schön. Ja, also, irgendwie bin ich da komplett vorbelastet gewesen. Und daher kommt halt auch das Wissen, weil Autos war immer unser Hobby. Mein Papa und ich, wir haben die Mama zu Hause gelassen und sind sonntags losgeschoben und haben uns im Umkreis alle möglichen Autohäuser angeguckt, das Gebrauchtwagenangebot, weil mein Papa war also auch Autofan durch und durch. Ja, also der war komplett, da war ich so sechs Jahre alt, 72, da hat er sich einen Porsche 911 gegönnt, was ja damals schon, also, ne, ich meine, da brauchst du nicht sagen, da warst du schon wirklich, da gehörst du zu den Besserverdienern. Leider ist mein Papa 78 gestorben und hatte danach den Porsche und BMW 2500, auch nicht verkehrt. Auch schön, ja. Ja, unser letzter Auto, aber den hat er leider Gottes nur drei Monate gefahren, ein Diplomat B 5,4. Auch schön. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Also dadurch ist das natürlich alles erblich vorbelastet gewesen, da war der Weg eigentlich schon im Grunde genommen vorgezeichnet. Ja, so ein 3 Liter Diplomat oder ein Admiral oder so, das wäre auch noch was für mich, das würde so als Schrotthändler zu mir passen. Ich müsste nur die Haare anders haben wie du, weil mir wächst nicht mehr so viel. Den haben früher die Zigeuner gefahren und weißt du, warum die Zigeuner den hatten? Weil die dann 1900 Kilo Anhängelast dranhängen konnten und dann haben die den Tabat Doppel-Axer haben die den da dran geworfen und sind dann übers Land gezogen. Die hatten alle einen Diplomat und einen Admiral. Mercedes hat das nicht geschafft vor der Anhängelast. Mein Opa hatte früher kann ich mir in Weißen so einen Barockengel so einen V8 so ein BMW Geiler. Mit den Selbstmördertüren. Schönes Auto. Ah ja, so ist das. Wie bist du in die Autobranche gekommen? Wie bin ich in die Autobranche gekommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich meine, ich war ja sowieso vorbelastet dadurch, aber irgendwie fehlte mir immer so das Startkapital und ich habe da ein bisschen Glück gehabt, habe in den richtigen Ecken investiert und als ich dann so 25, 23 war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt kaufst du dein erstes Auto und ich weiß es noch genau, ich habe als allererstes ein Renault 9 gehabt, der war damals relativ aktuell, war okay Renault 9 und ja, ich denke, was machst du jetzt damit? Ab zum Autokino. Samstag war bei uns in Essen immer Autokino, also da war riesiger Zulauf, alle möglichen potenziellen Kunden, da gab es noch kein Internet. du konntest eventuell noch im Reviermarkt annoncieren, das war halt so eine regionale An- und Verkaufszeitschrift, die alles angeboten hat. So wie Such und Find das früher gab es. Genau, so wie Such und Find zum Beispiel, ja und ich bin mit dem Ding tatsächlich zum Autokino gefahren und was ist passiert, ich bin gar nicht ins Autokino reingefahren, also du musstest damals 40 Mark Eintritt bezahlen, sondern ich habe den tatsächlich schon draußen, weil draußen haben sich viele Leute abgefangen und gefragt, hör mal, willst du den verkaufen, was soll der kosten und da habe ich innerhalb kürzester Zeit, also ich habe den Freitag gekauft, war Samstagmorgen im Autokino, bin dann mit der Taxe, weil ich ja kein Auto mehr hatte, mit der Taxe von Essenhaus zurückgefahren und hatte 500 Mark verdient. So und da denkst du dir immer, der Aufwand, die Kürze der Zeit, viel gemacht hast du tatsächlich nicht, da solltest du dich mal häufiger mit beschäftigen und dann weiß ich, dann habe ich mir einen Opel Senator gekauft, einen 3 Liter E in grünen Metallic. Da war ich schon etwas schlauer, den habe ich im Reviermarkt gekauft und habe den eine Woche später im Reviermarkt wieder annonciert. Der brauchte allerdings 14 Tage, bis er verkauft war, da waren dann auch wieder 500 Mark. Das war früher auch alles einfacher als heute. Ja, sicher. Das war überhaupt gar kein Problem. Und dann kamen so die ganzen Kontakte, dann habe ich festgestellt, dass ein Freund von mir Verkaufsleiter bei einem großen Opel Autohaus in Gelsenkirchen war und dann habe ich den angesprochen und habe gesagt, hör mal, wenn du irgendwas Interessantes hast, sag mir Bescheid. Ja, und dann, klar, dann kommt einfach einmal, dann geht das rund. Ja, dann ist das wie, als wenn du frische Brötchen anbietest. Dann rief der mich immer an, ja, ich habe hier einen Commodore Kombi, komm vorbei, hol den ab und verkauf den. Na klar, früher war es noch so, muss ich dir nichts vormachen. Da haben die Verkäufer sich immer noch ein geiles Zubrot erwirtschaftet in dem Moment, wenn die die Autohändler angerufen haben. Bei mir gab es pro Auto 150, 200 Mark für die Vermittlung. Dafür war der natürlich auch vom Einkauf sehr, sehr super preiswert und da konntest du natürlich gute Geschäfte machen. Zumal der vorher durch die Werkstatt gelaufen ist beim Ankauf. Ich wusste also ganz genau, was mit dem Auto los ist und konnte ihn dann auch meist immer problemlos verkaufen. Ja, war ein einfach anderer Zeit. Das geht heute nicht. Das war so mega. Auch eben halt die Tatsache, dass es kein Internet gab, weil Internet ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ja. So, da war tatsächlich nur diese Such und Find beziehungsweise Reviermarkt und da hatte ich dann auch schnell einen Draht zu. Dann habe ich den Tag Eher bekommen, der ist Samstag erschienen. Ich habe ihn Freitag bekommen und dann haben ich mir natürlich die Schnäppchen rausgelegt. Da hast du die Leute nachts, das weiß ich noch, als wäre es gestern, da habe ich die Leute nachts um halb eins angerufen, die ein Auto anzubieten hatten. Jetzt war das ja glücklicherweise von Freitag auf Samstag. Das heißt, die meisten hatten also frei. Ja. Und dann, die waren aber auch alle freundlich. Also da war nicht einer, vielleicht haben sie mal gesagt, ja, haben sie mal auf die Uhr geguckt oder so, aber dann sagte ich, ja, aber sie wollen euch ihr Auto verkaufen. Ja, ja, ich so, dann komme ich jetzt. Dann war ich meistens irgendwo um zwei, drei Uhr, war ich dann vorstellig und habe dann da schnell sein Auto gekauft, bevor ihr jemals. Ich kann mich auch noch super dran erinnern, war auch mega geil, war ich mit dem Kumpel unterwegs. Ich war sogar verheiratet zu dem Zeitpunkt, meine Frau saß zu Hause, Heiligabend. So, Heiligabend. Tannenbaum stand schon, alles Geschenke waren alle gekauft. So, ich musste noch ein 280 SE abholen, aus Halver. Sind ein paar Meter, sind so 70, 80 Kilometer. So, ich mit meinem Kumpel los, den 280 SE abgeholt und dann während der Fahrt stellt er fest, der guckte so den Reviermarkt durch und fand den 633 CSI. Und der ist auch Autofan. Er sagte, mal den 633 CSI, den muss ich haben. Ja, ich sage, was machen wir denn? Ja, sagt er, ich rufe den jetzt mal an, da fahren wir noch hin. Dann hat er den tatsächlich angerufen, irgendwann nachmittags um 16 Uhr und der Wagen stand irgendwo bei Krefeld. Und dann sind wir tatsächlich von Halver nach Gelsenkirchen in den 280er abgestellt. Dann Stress gehabt mit der Frau, weil ich ja jetzt noch mit dem Kumpel nach Krefeld gefahren bin. So, der Braten stand schon fast auf dem Tisch. Die Kerzen waren schon an. So, wir kamen bei dem Mann in Krefeld an. Der machte uns die Tür auf und hatte sein Hähnchenknochen noch im Mund, weil die waren schon bei Bescherung und Abendmahl. Und wir, ja, hi, wir sind wegen dem 633 hier. Ja, war so 18 Uhr, dass wir da waren. Ja, dann kommst du von Höchsten auf Höchsten und kaufst dein Auto, bezahlts, Kaufvertrag. Auf jeden Fall Ende vom Lied war, ich war zu Hause um halb neun. Meine Frau hat vier Tage lang nicht mehr mit mir gesprochen und Bescherung war gelaufen. Der Braten war vom Braten. Also es war wirklich nichts mehr so weihnachtlich wie es war. Aber wir hatten 633 CSI. Das war noch mehr wert als alles andere. Hast du die Frau noch? Nein, die ist schon seit 20 Jahren, glaube ich, war 20, 30 Jahre schon weg. Nee, nee. Dann hättest du die mal gepflegt. Zuletzt warst du in Witten unterwegs. Ich hab dich immer noch in Erinnerung. Du hast was mit Jean-Pierre gemacht und viel im Fernsehen. Du warst immer unterwegs, ein bisschen, wie sagt man es so bei uns hier, ein bekannter Hund, ein bunter Hund, ein bekannter Hund, wie man so selten im Pott. Und zum Schluss warst du bekannt bei Kultkas. Ja, richtig. Genau, ich war in Witten bei Kultkas. Hatte einen Partner zu dem Zeitpunkt auch. Und ja, der ist aber leider jetzt aus gesundheitlichen Gründen musste der ausscheiden. Dann ist Kultkas an zwei andere Personen gegangen. Die haben sich aber in einer fixen Idee einfach übernommen. So, und dann war natürlich das Ende vom Lied vorprogrammiert. Also Kultkas gibt es unter dem Namen Kultkas nicht mehr? Schon lange nicht mehr. Das war dann Garage 46 und jetzt ist es irgendwie eine ganz andere Firma geworden. Ja, und Fernsehen ist halt, ja, ist klar. Ich bin natürlich überall bekannt. Auf Messen, im Ruhrgebiet. Man kennt mich überall als den Autohändler aus dem Pott. Ja. Aber da bin ich mir nichts drauf ein. Na, alles gut. Du bist ja auch, egal wo man dich trifft oder dich sieht, du bist immer natürlich, immer ganz bodenständig. Genau. Bei mir gibt es immer ein Lächeln. Ein typisch freundlicher Pott. Genau, bei mir gibt es immer ein Lächeln, selbst wenn ich noch so mies gelaunt bin. Aber es ist nun mal so, man muss einfach sagen, die Leute, die hinter dem Fernseher sitzen, machen dich im Fernsehen zu dem, was du bist. Und das heißt, dann hast du auch die verdammte Verpflichtung, denen gegenüber freundlich entgegenzutreten, denen die Wünsche zu erfüllen und dir auch mal Zeit zu nehmen, mit denen zu sprechen. Dir selber, dir wird ja nicht so bewusst, du kennst dich dein ganzes Leben lang, dann ist dir vollkommen egal, dass du jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad hast. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute tatsächlich dich ansehen und denken, boah, wobei das gar nicht gerechtfertigt. Wozu? Ich habe nichts gemacht, was mich besonders hervorhebt, außer dass irgendwelche Produktionsgesellschaften da waren, die mich halt so ein bisschen geprüft haben. Du bist halt ein Typ, du bist ein Charakterer, die gibt es nicht mehr so häufig. Auch im Pot sind die seltener geworden. Das ist halt einfach so. Du merkst auch Leute, die treten dir gegenüber, beziehungsweise treten dir nicht gegenüber. Die gucken dich an, gucken dir auch nach und dann hörst du das Getusche, die trauen sich dann nicht und das verstehe ich nicht. Ich bin immer freundlich, ich kann sie jederzeit ansprechen. Wir waren ja selber auf der Messe unterwegs. Ich habe für jeden offenes Ohr, ich bin für jeden da. Also wenn ihr mich irgendwo seht, sprecht mich an, gefällt mir besser, als wenn hintenrum dann, ey, das ist doch der aus dem Fernsehen. Ich bin der aus dem Fernsehen und ich bin total natürlich und freundlich zu jedermann. So wie der Michael. Ja, jetzt sitzt du bei mir auf der Couch. Du hast viele Kontakte mitgebracht. Moment, stopp. Ich sitze auf dem Sessel, du sitzt auf der Couch. Genau, eigentlich haben wir ja da hinten noch die Couch. Weißt du, das ist jetzt nicht da und dann können die Leute sich da hinlegen. Machen wir einen aufs Tüche. Nein, Quatsch. Also, genau, wir sitzen hier auf der Couch und auf dem Sofa. Ja, die Psyche-Couch brauchen wir auch. Nein. Ich habe solche extremen Kunden manchmal, da ist die wirklich vonnöten. Da denkst du dir auch manchmal, wo bin ich jetzt hier gelandet? Schön. Kennst du doch auch. Ja, natürlich. Aber wir sind ja auch da, den Kunden zu helfen. Wir nehmen das Geschäft, den gerne ab oder die Arbeit ab. Du hast viele Kunden aus deinem langjährigen Bekanntheitsgrad oder Kundenkreis, die immer wieder auch Autos vermarkten wollen. Du hast auch einige Kunden quasi mitgebracht. Du hast gesagt, Michael, hier, guck mal hier, tolle Autos und machen wir was, haben wir was. Machen wir. Wir haben uns entschieden, uns hier auf die, ich sage mal, auf die Couch zu setzen oder du in den Sessel. Ja, den finde ich gut. Den würde ich fast schon mit nach oben gehen. Auch Autos vorzustellen, Autos zu zeigen. Also, wir werden in den nächsten Wochen immer wieder mal Autos zeigen, schauen, wo die Reise mit uns hingeht, aber einfach mal zeigen, was wir für Autos haben, was wir anbieten können und suchen natürlich auch Autos und wollen natürlich ganz bewusst auch Autos erklären, zeigen, nicht nur das Normale machen, sprich irgendwo eine Anzeige in Classic Trader oder bei Autoscout oder bei Mobile oder bei, was weiß ich nicht, wo wir überall vertreten sind, aber man will natürlich auch einfach mal ein Auto vorstellen, ein bisschen den Menschen auch Emotionen bei den älteren Autos zu zeigen. Ja, das ist halt ein Mutton-Rot-Auto, ne? Ja, war es, davon existieren heute nur noch wenige. Richtig. Den siehst du auch nicht mehr auf der Straße. Und dann freue ich mich, wenn ich den Leuten zeigen kann, guck mal, so sah das damals aus, so lief der damals und die Leute können da haben, einen Einblick, wie der Wagen damals war. Ja. Und das finde ich dann einfach auch prima. Also, wir zwei nehmen in Angriff, dass wir jetzt in der nächsten Zeit mal ein paar Autos vorstellen werden. Man wird uns vielleicht ein bisschen öfter zusammen jetzt mal auf YouTube sehen. Wir probieren das mal aus, wollen mal gucken, wo geht die Reise hin. Am 27. Mai haben wir gesagt, Mensch, kommt doch mal alle zu uns beiden hierhin. Ihr könnt hier uns die Autos bei euch anschauen. Wir laden euch ein. Wir machen ein Young & Oldtimer-Treffen am 27. Mai ab 9 Uhr bis 14 Uhr. Es gibt was Bratwurst und die Leute können sich auch in die Tränke erwerben. Also, es wird ein Bratwurstbüchchen geben. Es gibt ganz viele Benzingespräche. Und da geht es um Benzingespräche. Ihr dürft gerne mit eurem alten Auto kommen oder mit dem Young-Timer. Könnt ihr hier hinstellen, dass die anderen auch euer Auto sehen. Das ist immer ganz wichtig. Davon lebt so ein Treffen. Und natürlich, die vielleicht auch nur davon träumen oder gerne Autos anschauen, sind natürlich genauso herzlich willkommen wie die Familie mit Kindern oder wer auch immer alles darauf Lust hat. Das machen wir am 27. Mai. Und dann gibt es ja das große Projekt immer einmal im Jahr. Das haben wir auch schon gepachtet wieder. Das ist der Stöffelpark in Enspel. Da gibt es den Oldtimer- und Teilemarkt. Der war in 22 an zwei Tagen. Diesmal ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, an einem Dienstag. Und da gibt es wieder das große Oldtimer-Treffen. Wir nehmen 2 Euro Eintritt. Der Eintrittspreis von den 2 Euro wird immer offiziell für einen guten Zweck gespendet. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Letztes Jahr ist er ins Ahrtal gegangen. Und die Einfahrt der Fahrzeuge kostet 10 Euro. Der Park muss auch bezahlt werden. Das ist auch so. Also hätten wir auch letztes Jahr genommen, dass pro Fahrzeug 10 Euro bezahlt wurde. Das Ganze findet am 3.10. statt. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr, die ersten Anmeldungen sind auch schon da, wieder reichlich Händler dahin kommen, die verkaufen. Wir freuen uns aber genauso über die Privatkunden, die sagen, ich habe noch alte Teile im Keller liegen, weil ich habe mal in Käfer gefahren, den fahre ich schon lange Jahre nicht, aber ich habe davon noch ein paar Rückleuchten und dies und jenes, dass sie den Kofferraum aufmachen und verkaufen aus dem Kofferraum raus. Ansonsten waren im letzten Jahr 614 Fahrzeuge dort. Das war eine Hausnummer, Fahrzeuge. Natürlich einige tausend Kunden, Kunden sage ich immer, natürlich Besucher. Das findet wieder statt. Da freue ich, dass wir zusammen vor Ort sein werden. Definitiv. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu gucken und eine Menge zu erleben. Ja, ja. Und das Wetter spielt hoffentlich mit. Ja. Hoffe ich ganz doll, aber dann gibt es mit Sicherheit, ist das ein schöner Tag. Ein schöner Tag der Deutschen Einheit. Genau. Kann man sich auch prima merken, weil am Tag der Deutschen Einheit Treffen am Stöffelpark. Richtig, genau. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich jetzt mal in den Raum schmeiße. Um zu wissen, wo die Reise hingeht, wir machen ein paar bisschen was YouTube, wir verkaufen Autos, wir suchen natürlich auch Autos, das habe ich schon mal gesagt. Es kommt jetzt ganz spontan am 27. Mai ein kleines Young- und Oldtimer-Treffen bei uns auf beiden Betriebsgeländen. Die Autoverwertung ist offen, genauso wie hier. Bewusst an einem Samstag, weil wenn die Frauen keine Zeit und Lust haben, manche wollen ja mitkommen, aber manche wollen lieber einkaufen, zum Vorsitzenden oder sonstiges, dann können die Männer die Auszeit nehmen und fahren mal nach Waldbröll, können hier noch ein Bratwürschen essen und sind aber dann wieder zum Mittagessen oder nachher Mittag zu Hause, wenn sie mit der Frau oder der Familie vielleicht zum Eisessen oder Kuchen fahren. Deswegen haben wir bewusst mal einen Samstag genommen und keinen Sonntag und wollen mal schauen, wie das anläuft und könnten uns auch vorstellen, das vielleicht drei, vier Mal im Jahr hier bei uns zu machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben, ich glaube, erst mal einen kleinen Einblick gegeben und wir widmen uns den Autos, den wir haben, stellen ein paar Autos vor und in den nächsten Videos seht ihr uns wieder, wo wir euch Autos zeigen. Die dürft ihr natürlich auch besichtigen kommen, die dürft ihr natürlich auch kaufen. Ach nee, ernsthaft? Ja, und wenn ihr mit mir oder mit ihm, wie auch immer, stehen wir euch zur Verfügung, wir können uns auch anrufen, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind euch gerne für euch da und der Markus sagt immer, wenn ein Kunde kommt, der Spaß an einem Auto hat, ich bin gerne bereit, aus dem Potira eben vorbeizukommen und zeige ich den Leuten auch die Autos. So weit ist das nicht. Also insofern ist das eine angenehme Strecke. Es ist ja auch schön hier. Ich kann euch wirklich nur bestätigen, also unabhängig von allem, wer sich für Autos interessiert, der wird sich hier wohlfühlen. Der wird hier wirklich gern seine Zeit verbringen wollen. Ihr habt den Einblick vom 27.05. Kommt einfach mal vorbei und ihr werdet euch genauso wohlfühlen. Weil A, hier wird jeder herzlich empfangen und zum Zweiten, ja, du siehst tolle Autos, du siehst tolle Menschen und das ist toll hier. Die Gegend ist prima und irgendwie so die Kombination Schrottplatz, mich macht so ein Schrottplatz auch immer an, weil da auch Autos liegen, die irgendwie gelebt haben und eine Geschichte zu erzählen hätten, wenn sie denn dann sprechen könnten. Und genauso hier, die sind natürlich alle top in Schuss, die hier stehen, aber die können natürlich auch eine tolle Geschichte erzählen. Und das ist immer was, was mich dann total anspricht, da fühle ich mich einfach irgendwie heimisch. Und genauso ist das hier auch. Du kommst hier hin und egal, ob du bist immer willkommen, du bist immer Teil der Familie, sag ich mal, und so möchten wir das eigentlich auch handhaben. Ja. Ihr seid herzlich willkommen zum 27. Mai. Ihr seid generell herzlich willkommen, aber 27. Mai, 23. Mai seid ihr herzlich willkommen. Egal, ob ihr mit dem Trecker kommt, ob ihr mit dem Kettenfahrzeug kommt, ob ihr von mir aus mit dem Zweirad kommt, also ob ihr mit dem Fahrrad oder mit dem Moped oder mit dem Motorrad oder ob ihr mit dem Auto kommt oder mit einem Dreirad. Ihr seid egal. Ihr seid alles herzlich willkommen. Solange wir Platz haben, dürft ihr alle kommen. Hör mal, mach das. Wenn du so einen alten Setra hast von, weiß ich nicht, 56 oder so, dann wäre ja herrlich. Du, passen hier noch, kriegen wir drauf. Irgendwie schaffen wir das so. So, nun müssen wir die Straße zumachen, dann ist das halt so. Wir sind hier im Dorf, das ist halt so wild. Ja. Wir heißen euch herzlich willkommen bei Jent Classic. Mein Name ist Michael Kappenstein. Markus Niemann an meiner Rechten. In seinem Sessel. In seinem speziellen Sessel. Ich schwöre euch, Leute, lohnt sich schon allein zu kommen, nur um hier mal Platz zu nehmen. Das Ding ist so saugemütlich, bequem. Du könntest hier selbst drin schlafen, also du versinkst hier drin. Sensationell. Gibt es heute auch nicht mehr solche Qualitäten. Hinter der Kamera unser Enes und bis bald. Ciao.